Ein Gericht in Telemark entscheidet am 18. Jänner über das Freilassungsansuchen des Attentäters von Utøya, Anders Behring Breivik. Breivik, der sich mittlerweile Fjotolf Hansen nennt, hatte schon vergangenes Jahr um vorzeitige Freilassung auf Probe angesucht. Dieses Ansinnen wurde von der norwegischen Staatsanwaltschaft aber abgelehnt, weshalb eine Gerichtsentscheidung notwendig wurde. Breivik war für den Mord an 77 Menschen im Osloer Regierungsviertel und auf der Insel Utøya verantwortlich und war nach der Tat zu 21 Jahren Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Nach norwegischem Recht hat er nach zehn Jahren die Möglichkeit, um Freilassung auf Probe anzusuchen. Indes laufen die Kosten für das Mahnmal auf der Insel Utøya zusehends aus dem Ruder. Nach neuesten Schätzungen kostet die Gedenkstätte nun über 70 Millionen Euro. Der letztgültige Kostenvoranschlag lautete 51 Millionen Euro. Ursprünglich sollte das Mahnmal an einer anderen Stelle errichtet werden und überhaupt nur 4 Millionen Euro kosten. Baubeginn der Gedenkstätte war im August 2020. Die Einweihung war ursprünglich zum 10. Jahrestag der Anschläge im vergangenen Juli geplant.